Fragst du dich manchmal, warum manche Menschen es leichter haben als du? Dann bekommst du jetzt in dieser Podcast-Folge die Inspiration, mit der es dir gelingt, auch auf die Sonnenseite des Lebens zu wechseln. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ja, manche Menschen sind einfach ständig vom Glück geküsst, während andere Menschen das Pech förmlich anziehen. Und natürlich gibt es auch die, die immer zwischen Glück und Pech hin und her pendeln. Doch gibt es das wirklich, dass wir immer glücklich sein können? Ich sage ja. Gibt es das wirklich, dass wir uns das Leben so kreieren, wie wir es wollen? Auch hier ein klares Ja. Ist es wirklich möglich, Wunder zu erschaffen? Ja. Im ersten Schritt gilt es zu begreifen, dass Angst und Mangel nicht existieren. Auch wenn du dieses erlebt hast oder auch gerade erlebst, rührt das ausschließlich der Ursache her, dass du an Angst oder Mangel glaubst. Diese Aussage lässt sich auf alles anwenden, was du bisher Unglückliches erlebt hast oder gerade erlebst. Du glaubst an Trennung, an Betrug, an Verlust, an Krankheit und und und. Mir ist bewusst, dass dies ein ganz schwieriges Umdenken ist. Jedoch erlaubt dir gerade dieses Umdenken, die wichtigste Schnittstelle zu erreichen, in der du Wunder bewirken kannst in deinem Leben sowie im Leben anderer. Aus diesem Grund macht es sehr viel Sinn, für eine ganze Weile diese neue Annahme zu praktizieren, auch wenn deine Gedanken damit noch sehr im Widerstand sind. Es ist entlastenderweise nämlich nicht zwingend erforderlich, dass du an dein neues Denken glaubst. Wichtig ist es vielmehr, dein Gehirn mit dieser neuen Information zu füttern, damit es überhaupt lernt, umzudenken. Mache dir so oft es geht bewusst, es existiert ausschließlich Liebe, Fülle und Freude. Alles andere existiert nicht und wurde ausschließlich durch den Glauben an die Getrenntheit erschaffen. Mangel, Angst, Misstrauen, Selbstzweifel, Scham, Schuldgefühle, Armut, Krankheit und vieles mehr sind Produkte des Glaubens an die Getrenntheit. Aus ihr heraus werden und wurden Kriege geführt, Sklavenhandel betrieben. Unterdrückung und Ausbeutung von Mensch und Natur sind nur aufgrund dieses Glaubens an die Getrenntheit möglich. Als mir dies vor Jahren offenbart wurde, änderte sich mein Leben schlagartig zum Positiven. Es ist nicht so, dass es mir von dem Moment an immer gelang, diese Überzeugung zu leben. Jedoch konnte ich mich immer wieder korrigieren und auch Fehlwunder in einem anderen Licht sehen. Als Fehlwunder bezeichne ich Schwierigkeiten, die ich durch falsche Überzeugungen erschaffen habe. Wenn du also einem Fehlwunder begegnest, ist dies nur die Wirkung deiner unwahren Überzeugung. Eine unwahre Überzeugung erkennst du immer daran, dass sie frei von Liebe, frei von Fülle und frei von Freude ist. Stattdessen beinhaltet diese unwahre Überzeugung Ängste, Mangel, Misstrauen und Selbstzweifel. Diese unwahren Überzeugungen erschaffen Fehlwunder. Da jedoch nichts anderes existiert, außer Liebe, Fülle und Freude, hast du an das Nichts geglaubt? Du warst vom Nichts überzeugt. Du hast aus dem Nichts ein Fehlwunder erschaffen, welches somit auch nicht existiert, Außer, dass du daran glaubst und es somit auch als real wahrnimmst. Noch einmal, selbst deine Fehlwunder existieren nicht. Indem dir dies bewusst wird, betrittst du die Schnittstelle für wahre Wunder. Diese Schnittstelle liegt im universellen Gesetz von Ursache und Wirkung. Die Ursache ist somit immer die, an die du glaubst. Du kennst die Aussagen, dir geschieht nach deinem Glauben oder der Geist herrscht über die Materie. Indem du dich bewusst zu 100% zur Wirklichkeit bekennst, du dich zu 100% innerlich auf die Wirklichkeit ausrichtest, du bereit bist zu 100% die Wirklichkeit auch noch in den so kleinsten Winkel deines Seins und deiner Überzeugungen einfließen lässt, Du wirst erleben, wie die Zeit in sich zusammenfällt und sich vor deinem Auge auf magische Weise Wunder auftun. Du wirst erleben, es ist so einfach, dass es schon fast komisch ist oder du über dich lachen musst, dies nicht vorher verstanden zu haben. Also, umarme deine Fehlwunder, lasse alle Schuldzuweisungen hinter dir, kümmere dich nicht mehr um die Meinung derer, die gegen dich sind und widme deine volle Aufmerksamkeit der Wirklichkeit, als da wäre Liebe, Fülle, Freude, auch bekannt als Licht oder Gott. Ja, wenn du Lust hast, spirituell zu wachsen, wenn du Lust hast, spirituell zu arbeiten, ja, wenn du Lust hast, dein Leben auf die Füße deiner Wirksamkeit zu stellen, dann melde dich zur Ausbildung Chakra-Therapie bei mir. Von Herzen wünsche ich dir lichtvolles Erkennen, wer du wirklich bist. Deine Linda Von Herzen wünsche ich dir lichtvolle Erkennen, wer du wirklich bist. Von Herzen wünsche ich dir lichtvolle Erkennen, wer du wirklich bist.